Dass man eben aus den Hallen, in denen man reizüberflutet ist, bis so kleine Inseln halt mal rausnimmt, ist schon genial. Es ist sehr auffällig im Vergleich zu vielen anderen Sternen. Ich will nicht mehr sehen, wenn ich diese Exploration für heute sehe. Das ist ein ganzes Wolle. Das ist ein ganzes Wolle.